So, jetzt sind wir hier auf dem Heidbergring und heute findet nämlich unser erster Trackday statt. Und wer noch kein Ticket hat für den 13.10. ist nur noch Plätze frei. Freut mich, freut mich. Wetter sieht ja auch sehr gut aus. Glück gehabt nach gestern. Ich war schon ein bisschen am Schwitzen, aber dann passt das ja auf jeden Fall. Ja, wir fahren heute am Heidbergring und zwar fahren wir um 9.30 Uhr hier los. Wir drehen erstmal... Ja, wir fahren heute an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020